Null. Acht. Null. Warte. Achso, ich bin noch nicht so weit. Jetzt. Was? Null. Acht. Null. Warte, ich hab... Moment. Null. Acht. Null. 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 Acht. Null. Sieben. Null. Acht. Null. Null. Sieben. Neun. Sieben. Es ist noch nicht mal das Spiel, Luisa. Wir scheitern schon daran. Ich bin wieder der Hacker. Oh. Okay. Ich bin wieder Agent. Können doch beide Hacker sein? Weil da zwei so eine... Ja, kann sein. Müssen wir mal ausprobieren. Ha. Ah, das würde glaube ich keinen Sinn machen. Oh, Herausforderungsmodus. Trainingsgel... Schweizer Alpen? Okay. Entspannend. Na nun, Abfahrt. Oh je. Oh, es gibt ein paar. Mehr als ich dachte. Oh nein. Ich wollte nicht so lange spielen. Guck mal, eine Minute 15. So lang... Ah, okay. So lang kann es nicht dauern. Ist das Minigames dann quasi oder wie? Mal gucken. Trainingsgelände. Ja, sag mir schnell was an. Äh, warte. Ich muss erst mal rein. Überwachungs-Apps. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Oh Gott. L-T-L-Schlüssel? Ich habe hier Schlüssel. Ich habe hier Schlüssel. Die haben eine verschiedene Formen und verschiedene Zahlen. Hast du davon was? Nein. Ich habe nur diesen Fußboden mit so einem Laserplatten, wo ich auf gut Glück drüber laufen kann. Okay, Fußboden und... Oh mein Gott. Das war die falsche. Ja, okay. Vielleicht solltest du auf mich warten. Roboter und Geräte. Laserhallen kann man... Ah, ja, da bist du. Du kannst geradeaus, geradeaus, geradeaus. Nee, 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 nee. Mann, ich bin geradeaus. Okay, nochmal. Ja, genau da, geradeaus. Stopp. Und jetzt zwei nach links. Äh, nee, andere Seite. Ja, da. Dann wieder nach... Ja. Einen geradeaus. Ich sehe gerade nichts weiter. Ach, ich muss wieder scrollen. Dann noch einen geradeaus. Noch einen. Noch einen. Jetzt nach rechts. Ist das dein rechts? Ja, da dann. Nein, links. Oder links. Ja, geh noch ein Stück. Weiter, 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 weiter. Noch zwei. Und... Stopp. Dann jetzt nach zurück. Oder? Musst du da was machen bei diesen Dingern? Musst du da was machen? Ja, ich kann nur was drücken. Dann drück mal. Schlüssel eingeben. LTL. Ah, okay, warte. Ich gehe kurz zurück. Zu diesem LTL-Ding. Gott, das stresst einen ja. LTL-Schlüssel. Wie sieht denn der aus? Es gibt kein Aussehen. Es gibt vier... Ach, da vorne. Ja, zackig. Also oben ist eine Raute. Ja. Dann ist ein Parallelogramm. Und dann unten ist ein Trapez. Äh... In welche... Also unten ist ja so eine Art Dreieck, ne? Ein Trapez, ja. Achso, auf beiden Seiten ist ein Dreieck. Genau. Okay, dann... Dann hat man ein Trapez, ja. Ach, scheiße. Geht in der Mitte diese Ding. Ist die linke Spitze, geht die nach oben oder nach unten? Nach oben. Okay, dann sechs, sieben. Vier, vier. Hoff ich. Ja. Den habe ich jetzt. Okay, super. Dann geh wieder in die Kamera rein. Ähm... Okay, geh mal... Ja, noch ein Stück. Dann wieder nach rechts. Ja. Und jetzt kannst du nach unten. Drei Stück. Was ist denn unten? Äh, zur Kamera hin. Wo ist die Richtung? Ne, andere Seite. Ja, da. Das ist nach vorne. Ja, das ist für mich unten. Stopp. Und jetzt nach, äh... Andere Seite. Einfach mit dem mitzudenken. Gar nicht mitdenken. Ja, da. Geradeaus. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Stopp. Und jetzt wieder nach... Also, mein unten. Da kannst du... Erstmal durchlaufen. Erstmal durchlaufen. Stopp. Stopp. Ne, du... Ja, du kannst da stehen bleiben. Nein. Ohoho, da bist du sehr nah dran. Am Laser. Jetzt dreh dich mal wieder nach. Rechts. Oder links. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hier ist links. Okay. Dann einen nach vorne. Und jetzt wieder nach unten. Und dann bist du durch. Und links von dir, da sind so zwei Geräte. Musst du was machen? Weiß noch nicht. Also wir haben auf jeden Fall... Einer ist grün, auf jeden Fall. Oh. Hey, fast. Wir haben nicht mal die Silberzeit. Hey, fast. Ja gut, weil wir nicht wussten, wo wir hin müssen. Wollen wir nochmal machen? Mit deinen Ansagen ist es manchmal echt schwierig, da durchzukommen. Wollen wir nochmal versuchen? Ja. Drei Minuten schaffen wir. Jetzt wissen wir ja, wo wir hin müssen. Ich hab halt hier 50 Tabs die anklicken kann. Äh... Glaube hier. So, dann geh mal nach links. Links, links. Also da, wo du letztes Mal auch rein bist. Ne, nicht ganz so weit links. Ja, da. Drei nach vorne. Dann... Ja, da. Zwei nach vorne. Dann... Drei nach vorne. Und dann kannst du zur Seite durchlaufen erstmal. Eins, zwei... Nein! Nicht die Seite. Welche Seite sonst? Na, da wo du letztes Mal auch lang bist. Ja. Links. Ja. Runter. Achso, auf der rechten ist gar keiner mehr. Okay. Eigentlich gesehen. Ja. Dann ein nach oben. Oder zurück. Ein... Jetzt hast du richtig so zu sagen. Wie du auch stehst, Mann. Ja. Stopp. Jetzt nach rechts. Und dann bist du ja bei dem Ding. Dein rechts. Ähm... Moment. Moment, ich muss... Ah, Moment, ich muss erst umschalten. Äh... Wo ist denn das Ding? Hier. Ja. Es sieht fast exakt so aus wie das davor. Mhm. Außer, dass diesmal unten rechts ein Dreieck fehlt. Es ist nur links unten ein Dreieck. Und dort in der Mitte war nach unten hin, ne? Nein, war nach oben hin. Achso, nach oben hin. Also links war nach oben. Äh... Moment, ich muss das erstmal finden. Ach, der müsste jetzt glaub ich sein. 807. Also 8007. Ja. Hat funktioniert. Ja. Ja. Okay, dann... Äh... Nach links ein. Nach links ist dir richtig. Ja, ja, ja. Ist richtig. Dann nach vorne. Ein. Dann nach links. Dann nach links. Ein, zwei, drei. Noch ein Stück. Ja. Und dann kannst du runter. Also wieder hoch. Oder vorne. Für dich. Noch ein. Wie viel? Noch ein. Und jetzt wieder andere Seite lang. Ein, zwei, drei Stück. Und dann wieder nach vorne. Kannst du durchlaufen erstmal. Vier Stück. Noch ein. Und jetzt wieder nach... Ja, genau da lang. Ein. Und dann nach unten raus. Hey. War schon sehr viel schneller. Keine Ahnung, wie man da Gold schaffen soll. Da muss man auf gut Glück irgendwie durchlaufen. Ja. Oder jemand denkt mit... Ich habe gerade mit gedacht. Ja, es war schon besser. Ja. Aber 1,15 ist schon knapp. Ich glaube, es hat auch geholfen, dass ich mich einfach intuitiv dahin gedreht habe, wo ich dachte, dass es vielleicht weiter geht. Ja, vielleicht einfach auf mich hören. Oh, wir kriegen sogar beide. Gucken. 2,30. Da haben wir mal ein bisschen mehr Zeit. Ich finde es so nervig an Spielen, dass das immer so lange lädt, dass es komplett neu geladen wird. Ah, du kannst doch nach vorne gehen. Nein, ich habe Black Screen gerade. Ja, ich bin schon bei 13 Sekunden. Es läuft die Zeit schon. Ah! Ja, ich habe das Gefühl, ich kann mein Spiel noch starten. Ah, dann starte nochmal neu. Ja. Konzentration. Ja. So. Ja. Wo ist das Ding? Glaube ich hier rein. Messgeräteanzahl. War das? Ja. So, jetzt Nummer zwei. Ja. 190. Blau. 190, ja. Habe ich. Vielleicht freue ich mal lieber die Farbe an, ne? Ja. Erste Farbe gelb, 1800. 1800, habe ich. Blau, 2500. Oh Gott, das wird knapp. Oh nein, ich hatte es doch! Blau, 1500. Ja. Gelb, 3100. Ah, ich schaff das nicht so schnell. Oh, das hat gezählt, okay. Achtung, jetzt kommt Nummer 4, das ist lila, 6,4. Ja. Gelb, 4. Ja. Blau, 3. Sag mal, blau kommt. Blau, scheiße. Der dritte hat auch 3. Jetzt Nummer 3, äh, lila, 46. Hm. Gelb, 62. 60. 6,2. Hm. Blau, 80. Ja. Oh, wir sind richtig schnell. Der war da jetzt nicht irgendwo hier drin. Muss wir noch was machen? Ja, IP-Adresse habe ich. Ja, die musst du mir geben. Moment, Moment, Moment. Ja. 2, 0, 5. Ja. 1, 8, 7. 1, 8, 7. 1, 8, 7, ja. 1, 0, 5. 1, 0, 5. 1, 6, 0. 1, 6, 0. Ich verbinde. Oh je, nicht schon wieder sowas. Wo muss ich denn hinlaufen? Ich hab noch nichts bekommen. Äh, warte jetzt, wir müssen jetzt wieder diesen Kram hier zusammen machen, oder? Ja. Aber wie? Wo müssen wir hin? Ich glaube, irgendwo hat er eingesammelt. Erreiche den roten Knopf so schnell wie möglich. Aber wo ist der rote Knopf? Wir müssen grün zuerst. Habe ich jetzt. Hä? Ich muss gerade wieder so ein, keine Ahnung, das ist so ein Feld, wo man wieder so einen grünen Punkt bewegen muss. Aber du müsstest mir irgendwie mal das Blaue anzeigen. Was für ein Blaue? Ich bin gerade in einem Minigame drin. Ja, du auch? Aber bei mir wird nichts angezeigt. Ich dachte, du musst es mir irgendwie freischalten. Ich muss zu irgendeinem Knopf, aber wo ist denn der Knopf? Sagt, hier ist ein Knopf, aber der geht nicht auf. Erreiche den roten... Wahrscheinlich muss ich diese Dinge hier einsammeln, aber... Ja. Ja, du hast gerade irgendwas Grünes. Kann das sein? Ja, ja. Ja, den brauche ich aber noch nicht. Ich brauche... Hä, ich werde hier aber mal zurückgesetzt. Das macht ja gar keinen Sinn. Du hast schon wieder irgendwas Grünes gemacht, ne? Ja. Ich möchte aber rosa zuerst. Ich weiß nicht, wie ich nach rosa komme. Warte, ich glaube, das müssen wir auch nochmal neu starten. Jetzt habe ich rosa? Jetzt fast rosa, ja. Und jetzt? Jetzt gelb. Gelb. Ich weiß nicht, wo gelb ist. Ich glaube, auf der anderen Seite. Was weißt du überhaupt? Ich habe hier nur so Teleportationsorte, aber ich weiß nicht, wohin die mich teleportieren. Hier ist schon wieder pink. Musst du dir irgendwie das Muster merken? Nein, kann ich nicht. Oh, ich bin vor gelb, aber ich kann da nicht rüber springen, leider. Ich würde deiner Sicht gerne mal sehen. Ah, hier. Gelb. Jetzt bestimmt blau, oder? Nein, jetzt grün. Grün. Okay. Grün ist einfach. Hier. Jetzt blau. Ich weiß nicht, wie ich nach blau komme. Ah, das war einfach. Gut geraten. Oh, jetzt muss ich zum roten Knopf. Moment. Ah, das kriegen wir schneller. Nochmal? Ja, kann man machen. Ich meine, es ist auf jeden Fall einfach. Ja. Ich bin, du hilfst. So, Überwachungs-Apps, Messgeräte, ich bin ready. Okay, zwei ist blau, 180. Ja. Eins ist gelb, 2900. Warte mal, 2900, ja. Blau, 2000. Ja. So, dann kommt jetzt... Gelb, 3. Ja. Lila, 6,8. Ja. Blau, 2. Ja. Hä, stimmt das nicht? Nee, irgendwie hat er Gott falsch gemacht, glaube ich. Auch mal. Schade, schade. Blau, 7. 7, ja. Gelb, 3,8. Ja. Lila, 1,6. Jetzt. Irgendwie hat er nicht richtig eingerastet oder so. Blau, 50. Ja. Lila, 76. 7,6. Gelb, 88. Ja. Lila, Sprinte. Gehe ich schon mal zur Netzwerkverbindung. 2, 2, 4. Ja. 1, 0, 5. Ja. 1, 6, 0. Ja. 1, 3, 7. Ja, ich verbinde. Und sag mir direkt, welche Farbe du brauchst. Ja, das lädt. Ich brauche Grün zuerst, danach Blau. Ja. Der ist einfach. Hier ist Grün. Ich glaube, Blau ist wieder auf der anderen Seite. Grün habe ich. Ja. Blau, danach übrigens Pink. Warte mal, wo ist ein... Oh, scheiße. Wo ist Blau, wo ist Blau, wo ist Blau? Oh, da, okay. Hier ist Blau. Und dann Pink. Ja, Blau habe ich. Oh Gott, Pink jetzt. Wo bin ich hier? Ah! Ich hänge in der Teleportation fest. Pink. Nein! Auf, mich zu teleportieren. Ich glaube schon. Ist sie Pink? Nein, Pink ist da drüben. Kacke. Hier. Pink. Jetzt. Und jetzt? Jetzt gelb. Ach, gelb. Sag doch. Gott, die ist ganz oben. Ich glaube, ich muss erst hier rauf. Ist hier gelb? Ja. Hier ist gelb. Boah. Hab ich. Ach, jetzt muss ich auf Knopf drücken. Yes! Boah. Das ging richtig gut. Silber. Boah, vielleicht kriegen wir sogar Gold hin. Wenn ich das mit dem ersten Dings nicht verkackt hätte, mit dem Zahlen. Ja. Wollen wir nochmal probieren? So willst. Aber weh, du verkackst das. Aber er hat nicht eingerastet. Die Zahlen. 5 Euro in die Kasse, wenn du's verkackst. Nee. So, jetzt High Speed. Äh, warte, ich bin schon falsch, Kacke. Was ist das? Messgeräte, ich bin da. Blau, 205. Ja. 205. Raste ein. Komm schon. Nein, er hat nicht eingerastet. Boah. Ach nee. Ich war auch falsch. Blau, 3000. Ich war auch falsch. �. Nochmal. Links ist jetzt. Sind aber, ach so. Ich hab' das vergessen. Nein. Es ist ja ganz neustart. Stimmt, ja. Ah, warte. Ich hab' es vergessen. Jetzt. Jetzt mal... ... sind wir da rausgekommen. Sorry. Messgeräte. So, ich bin da. Ja, ich bin wieder rausgekommen. Oh nein. Also wir müssen immer in die Auswahl zurück. Ich hab auch die ganze Zeit so einen komischen Sound auf den Ohren. Ich glaub, der sollte auch nicht sein. Keine Ahnung, ob ich da wo gerade reingelaufen bin. Ja, bist du. Ich kann nirgends wo reinlaufen. So, ich bin da. Jo, dann geht's jetzt los mit Blau 195. 195 ist da, ja. So, dann geht's weiter mit Gelb 3200. Ja. Blau 4000. Ja. So, dann geht's weiter mit Gelb 4. Ja. Lila 6,4. Ja. Blau 2. Ja. Und dann das letzte. Gelb 46. Äh... Ja. Lila 56. 5,6. Ja. Blau 70. Ja. Sprinte. Bist du fertig? Ja. 2,3,1. Ja. 2,3,1. 2,1,0. Ja. 2,1,0. 1,4,6. 1,4,6. 1,4,6. 1,4,6. 1,4,6. 1,0,6. 1,0,6. 1,0,6. 1,0,6. Verbinden. So. Welche Farbe? Grün? Ne, es lädt noch. Aber bleibt da vorsichtig, wenn wir stehen. Doch, grün zuerst. Okay, ich renne zu grün. Hab ich? Äh, hab ich. So, jetzt gelb. Gelb. Okay, muss ich jetzt gucken, wo gelb ist. Gelb danach, pink. Okay, da oben. Gelb hat so einen langen Weg. Und danach? Pink. Pink, okay. Pink ist... Ach, das pink ist wieder auf der anderen Seite. Und das letzte ist dann blau. Pink. Und wo ist blau? Blau ist natürlich wieder auf der anderen Seite. Ah! Ja, natürlich. Komm, dort schaffen wir. Hier ist blau. Geh zum Button. Hör auf, mich zu teleportieren! So wie gesagt. Ah! Du gehst zum Button. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Nice. Das war richtig gut. Ich hab auch immer... Ich hab diesmal wirklich darauf vertraut, dass du es richtig machst. Und bin dann schon immer weitergelaufen zum nächsten. Und nun, auf der anderen Seite. Ich hab' all das gemacht. Und dann, ich hab' alle. Vielen Dank.